Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu GWS-TV. Mein Name ist Manfred Stuhldreier. Schön, dass Sie dabei sind. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Der Kunde ruft an und möchte relativ schnell natürlich qualifizierte Auskünfte zu einem Artikel. Preis und Bestände, wie sieht es bei Ihnen aus? Die Möglichkeit, dass Sie dieses sofort leisten, ist die Auskunft über die Artikelinformation. Ich werde es Ihnen einmal zeigen. Ich befinde mich in meinem Rollencenter-Verkauf und dort habe ich die Verknüpfung zur Artikelinformation. Die rufe ich auf. Hier sehen Sie das Fenster Artikelinformation. Und im Inforegister Allgemein sehen Sie die Möglichkeit, eine Artikelnummer einzugeben. Ich gebe mal eine Artikelnummer ein, die ich mir vorher natürlich herausgesucht habe. Das ist eine Verstellschraube. Und ich gebe den Kunden ein, der bei mir am Telefon ist. So, dieser Kunde hat auch gleich drei Lieferadressen. Allerdings geht es in diesem Fall nicht um Lieferadressen. Ich verlasse das Fenster mit Escape. So, Sie sehen sofort, wie ich das eingegeben habe und noch gefragt habe, um welche Menge es sich überhaupt dreht. Er sagt, es geht um 10, es geht um einen eventuellen Staffelpreis. Sehe ich jetzt erst mal, wie bei mir die Bestände aussehen. Ich habe einen Lagerbestand von 590, aber einen verfügbaren Bestand, der deutlich im Minus ist. Das heißt, alles, was ich habe, ist schon verkauft. Und ich werde erst neue Ware beschaffen müssen. Das muss ich dem Kunden natürlich direkt mitteilen. Ich sehe auch, dass 1.000 schon wieder bestellt sind. Also muss ich mal schauen. Das mache ich in einem zweiten Schritt. Was ist schon verkauft? Kann ich Ihnen vielleicht vorziehen? Muss ich Ihnen sagen, dass es erst in einigen Wochen für Ihnen zur Verfügung steht. Jetzt ziehe ich einmal die Infobox Preise nach oben. Hier sehe ich sofort einen Verkaufspreis von 300 Euro. Ich klicke diesen Verkaufspreis einmal an und sehe, das ist der Standardpreis. Es ist kein Aktionspreis. Es ist kein Debitoren-Sonderpreis, sondern es ist der Standardpreis. Ich sehe aber gleichzeitig, dass der Kunde 10% Konditionen bekommt. Ich klicke diese auch einmal an. Der Grund ist, er gehört zur Debitoren-Konditionsgruppe KG3. Gut, damit ist eben ein effektiver VK-Preis für ihn von 270 Euro. Ich sehe auch gleich noch meinen EK-Preis, damit ich ihm eventuell mit einer anderen Kalkulation einen günstigeren Preis anbieten kann. Im unteren Teil sehe ich, was ist denn der letzte VK-Preis gewesen für den Kunden. Das letzte Mal, als er den Artikel bezogen hat, hat er 280 Euro bezahlt. Auch da kann ich übrigens anklicken und sehe quasi eine Liste, wo eine Rechnung oder einen Auftrag mit diesem Artikel, mit wie viel Stück und mit welchen Preisen eben erstellt worden sind. Wenn ich noch eine genauere Information zu den Preisgruppen haben möchte, habe ich noch die Möglichkeit, in der Artikelinformation die Preisgruppen-Info zu öffnen. Sie sehen, hier kann ich noch einmal genau sehen, der Standardpreis und es gibt eine Mengenstaffel. Ab 500 Stück, ab 1000 Stück. Für den Kunden gilt das natürlich auch. Und es gibt noch einen eingestellten Mitarbeiterpreis. Hier habe ich also die große Übersicht über die Preisgruppen für diesen Artikel und über die Staffeln, die eingestellt sind. Wenn ich jetzt mit diesen Informationen den Kunden beraten habe und er möchte darüber ein qualifiziertes Angebot haben, kann ich direkt über den Schalter Angebot erstellen, ein Angebot aufbauen oder sofort einen Auftrag erstellen oder das Gespräch quasi als Preisanfrage abspeichern, wobei ich damit nur dokumentiere, dass ich mit dem Kunden gesprochen habe und ihn einen Preis genannt habe. Ich hoffe, Ihnen mit dieser Folge GWS TV weitergeholfen zu haben. Wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben für uns, schreiben Sie uns eine Mail unter der Adresse gws-tv at gws.ms. Schön, dass Sie dabei waren. Bis demnächst.